Challenge, die zweite, ne? Seid ihr alle ready? Ja, sicher, kann losgehen. Wenn ich auch? Ne, gut. Also folgendes, zwei Challenges. Erste Challenge ist, dieses wunderschöne Stück Kuchen da unten oder diese Küchlein, die leider kaputt sind, es tut mir leid, quasi daraus zu bekommen. Wichtig ist, ihr müsst in der gleichen Reihenfolge dann neben die Ballen wieder in der gleichen Reihenfolge stapeln. Hände sind nicht erlaubt, starker Bauer auch nicht erlaubt. Ihr müsst das mit dem Kubota machen und mit der dazugehörigen Ballengabel mit der Palettengabel dann den Kuchen verladen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dementsprechend dann zu dem Hof fahren. Ich habe alles soweit abgesperrt, dass ihr da einfach nur rausfahrt, rechtsfahrt, einmal hier über den Fahrzeughändler drüber, links rum und dann die Fahrzeuge da abstellt, dann rüberlaufen zum nächsten Step. Das heißt, da ist so ein Unterstand bei meine Farm oben und da könnt ihr das Fahrzeug einfach parken. Also hier einfach drunter parken, euer Fahrzeug und dann rüberlaufen. Zu der anderen Challenge wichtig ist... Entschuldigung, ganz kurz, der Kuchen muss nicht abgeladen werden. Der muss nicht abgeladen werden, der muss einfach nur da drauf. So. So, und die Ballen müssen in der gleichen Reihenfolge, und das muss auch mit der Ballengabel passieren. Ja, mit der Ballengabel, ja. Und die müssen in der gleichen Reihenfolge dann nehmen. Richtig, genau. Und was ist mit dem Ball, der davor liegt? Der muss auch davor wieder abgelegt werden. Also so, wie es jetzt aussieht, ne? Ja, okay. Und aber nur ohne Kuchen dann? Nur ohne Kuchen dann, logischerweise. Und auch an der gleichen Stelle wieder? Nein, nicht an der gleichen Stelle, kannst du daneben machen. Ah, okay. So, gut. Bisschen soweit klar, ne? Okay, gut. Wenn dann der andere hier ist, kann er der zweite, oder bei Randy wäre es halt eher alleine, loslegen. Ihr, äh, nehmt den Rottner hier, äh, fällt drei Bäume und ladet die mit der Poltergabel in diesen Trailer. Ne? Mit der Poltergabel. Egal, welche Länge ihr dementsprechend macht, ist halt euch überlassen. Das könnt ihr machen, so wie ihr wollt. Das sind alles die gleichen Bäume, die haben alle die gleiche Größe. Also drei Stück. Bitte nicht untereinander behindern, deswegen hab ich hier den Zaun gezogen. Sind auch alles die gleichen. Deswegen hat da keiner einen Vor- oder Nachteil. Äh, wenn ihr das Ganze mit drei Bäumen beladen habt, äh, ja, let's go. Ab hier LKW. Und dann habt ihr wieder unten beim Timber Valley Hafen, wenn ihr mal euch die Map anschaut, da gibt's einen Verkaufspunkt. Und da gewonnen hat, wer als erster dort seine Sachen verkauft hat. Das heißt, hier reinfahren, in den Trigger, einmal R drücken, ne? Und das Team hat gewonnen, wer als erster dort die Sachen abgeliefert hat. Ja, das ist die Challenge. Ist, äh, relativ simpel und einfach gestrickt. Okay. Gut. Ähm, für die, ich sag mal, für alle außer Randy zählt, jeder macht ein Part davon. Logisch, ne? Randy muss halt beide machen, weil er leider alleine ist. Ja. Man müsste sich halt vorab entscheiden, wer was macht. Palko, was willst du machen? Boah. Mario? Holz? Willst du lieber Beine oder lieber Holz? Bei Holz seh ich mich. Ja. Ist die Miet bei Holz, ja. Ja, okay. Mario macht Holz. Wenn das okay ist für dich? Gut. Ja. Schön. Randy macht's, achso. Ja, Randy macht beides. Randy macht beides, genau. Das ist ein bitterlistig, einige Frühstück, Ja, ich glaub schon, ne? Ja. Wir laufen da mal runter. Einfach mal ein kleines Witzbuch eingeatmet. Auch, ne? Auch. Du kannst ja mitfahren, Mario im Kubota, ne? Ja, klar. Nimm sie schon mal Platz. Wir nehmen die goldene Mitte. Wir nehmen die Mitte, alles klar. Und Fahrzeuge bitte aus, danke. Erst an, auf los geht's los. Warte mal, wie muss ich denn hier nochmal auf Spezialisieren? Wollt ihr hier zusammenbleiben oder wollen wir in eigene Channels gehen? Wir könnten auch wieder in eigene Channels, weil da kann ich Randy wieder beschimpfen. Wie ist das mit dem? Stop and Go an? Was? Stop? Es ist alles an, ja. Also ich hab nichts verstellt. Äh, nee, warte mal. Was, warte mal? Vorwärts. Ist alles gut, Falco. Also wir haben keine Wechselschaltung oder so, ne? Ja, wunderbar. So was haben wir nicht. Muss nicht doppelt. Nee, muss denn nicht. Nein. So. Seid alle ready? Ja, ja, ja. Bleiben wir jetzt hier oder wollen wir? Ja, wir müssen mit dem Falco nochmal besprechen gehen. Jo. Aber schau einfach rein, wenn es los geht, 3, 2, 1, und dann sind wir da. Ja, das kann der Mario gleich machen, weil Mario ja quasi... Ja, ich bin gerade ohne To-Do. Ohne To-Do. So. Gut. Dann würde ich sagen, ist alles nicht ernst gemeint? Natürlich nicht. So. Ach, Randy startet schon. Let's go, Leute. Danke, Randy. Bitte. Einfach der Ehrliche, ne? Ich mach das eher mit Maus und Tastatur, glaube ich. Das ist einfacher. War gut, dass du das jetzt machst. Ich hab das nämlich nicht so richtig verstanden, aber du wirst wissen, was du hier willst. Ja, ja, klar. Oh, der wackelt ja ganz schön. Ja, ja, deswegen, ja. Das ist nicht so tricky. Warte mal, wir machen den mal über Nasse. Komm schon mal ab hier. Das ist erlaubt, da zwei Beine zu nehmen. Du kannst auch drei nehmen, wenn's geht. Ja, careful, careful. Lieber ein bisschen langsamer. Ja. Oh, guck mal, der Randy hat das schon genan. So, und jetzt schön hinstellen. Genau. Tipptopp. Guck mal hier. Ja, gut, die Palettengabel wird nicht verwendet bei Werner, deswegen nutze ich sie jetzt mal auch nicht, ne? Wobei... Ja, nee, nee, wir machen das. Da gibt es eine Strafe, oder nicht? Eigentlich schon, ne? Weil die haben nicht gewechselt, ne? Ja. Also, vor allen Dingen, Randy war ja viel, viel zügiger eigentlich damit unterwegs. Wobei ja... Mach mal hinten... Das muss ich ja selber machen, darfst du ja nicht. Nee, nee, ich mach nix. Ich bleib hier sitz, ich schreib einfach nur. Okay. 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 Mal ein bisschen Stoff machen da, wenn du nix. Naja. So. Hast du nicht auch gesagt, ich muss daneben stehen? Na gut, daneben kann man natürlich etwas frei Ja, das haben sie frei mit interpretiert, ne? Ach, scheiße. Ja, das sind halt die letzten. Das sind ja nicht schlimm. Ja. So, auf geht's mit dem Kuchen, Leute. Let's go. Volle Lotte, ja. Ich hab extra das schnelle Fahrzeug genommen mit 65 kmh. Ich glaub, ich nehm ja nochmal ein Stück von dem Kuchen. Ja, hau rein. Solange er noch frisch ist. Wurde nicht gesagt, sind die schwerhörig? Hab ich, hab ich erzählt? Hast du erzählt? Wir haben halt einen saftigen Storno, Leute. Hast du nicht das erzählt, ja. Ich hab grad grad einen saftigen Storno. Scheiße. Richtig geil. Ehrlich? Keine Rechte zum Bäume füllen? Wieso keine Rechte? Hä? Ja, aber bestimmt jetzt war ein Manager, ne? Ja, warte mal eben kurz. Ach, Leute. Ich guck mal, ob ich den, ähm, das Gerät da vorne eben holen kann, um den Wagen wieder aufzustellen. Oder stehst du schon wieder? Ja, ja. Challenge time. Joe, bist du wieder fit für Samstag? Scheiße, ey. Hm. Storno an Kubota. Ja. Kacke, ey. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, man könnte mit Fullspeed fahren. Hab mich schon gewundert, wie der in die Kurve ging. Katastrophe, ja. Das war ja absehbar. Dramatische Szenen spielen sich, ja. Was waren das? Drei Bäume fällen oder was? Ja, die mit der Poltergabel aufladen. Mhm. Hast gerade Zeit für andere Dinge, ja. Aber wird schon gehen. Ja, wenn nicht passt, Joe, sag einfach rechtzeitig Bescheid, ne? Wusstest du dich da aus? Ja. Ja. Huma, wir wollen dich ja nicht unter Druck setzen, ja? Nee, überhaupt nicht. Ich häng mal ne Runde ab, ne? Läuft nicht gut. Ja. Äh. Gibt so Tage, da gewinnen die anderen. Ja. Also das nennt man stabile Seitenlage, by the way. Ähm. Ja, in der Tat. Warte mal, ich dreh mal andersrum, Mario. Da kannst du dir direkt vorfahren. Scheiße, ey. Ich glaub an euch. Ja, ist es. Weiß ich nicht. Fühl ich nicht. Ich weiß nicht, was du dir gedacht hast, was ich mit dem Holz noch rausholen soll. Ja. Also ein paar Sekunden. Warte mal. Ein paar Sekunden. Ich, ich fahr einfach mal, ne? Weil ich glaub, du kannst jetzt hier nicht. Ah, doch kannst du. So, ich fahr mal ein bisschen sachter, ne? Ja. Um die Kurven. Ich fahr meine Punkte zurück. Hä? Leute. Ich, ich depp hab so viele Punkte auf euch gesetzt. Hä? Glücksspiel lohnt sich nicht. Hab ich schon immer gesagt. Das war auch, das wollte Stefan euch noch nur zeigen, ne? Was bei Glücksspiel rauskommt. Ja, genau. Da kann man nur verlieren. Da kannst du echt nur verlieren, ne? Wir verlieren gerade richtig. Die anderen sind schon super weit. Ich auch. Sau viel. Ja, Leute. Es kann alles passieren, ne? Das ist halt... Es ist halt... Tage erläuftet einfach nicht. Nee. Oh je, was hab ich verpasst? Ja, wir sind ganz hinten dran, Leute. Ganz hinten dran. So, jetzt schnell rüberlaufen. Und let's go. Äh... Natürlich haben wir die ganz hintere Ecke. Na klar. So. So, Mario. Sie dürfen. Ich verliere nichts. Gunnibeer hat alles richtig gemacht. Der hat gegen uns gesetzt. So. Mario, let's go. Ja. So, wir gucken uns das mal an hier. Ich mach mal hier den... den Fliegeradler. Und... Wir gucken uns das mal an das Spektakel von oben, ne? Meine Damen und Herren. H0 bei selber schuld. Steht ja schon im Namen. Da denkt man, man setzt auf Profis und... Nee. Leute. Ich darf den nicht mit dem aufladen. Ich muss den mit dem Foltergabend aufladen. Hatte ich vorher gesagt, ja. Ja. Sonst hättest du auch direkt aufladen können. Aber... Da ich es gesagt habe... Das ist halt ein Ungewohnt für dich, ne? Mit dem Gerät hier, ne? Nee, das ist überhaupt nicht Ungewohnt. Ich hab überlegt, ob ich jetzt... Ob ich den so abladen kann, dass ich den ganzen Baumstamm drauflege. Aber das geht mit dem nicht mehr. Nee, das geht leider nicht mehr. Denn früher ging das. Aber was machen die anderen? Na, guck mal kurz. Da liegt einer daneben. Ja, Werner ist gut dabei, ne? Also, Werner ist auch gut im Holz, ne? Ja. Ich habe einfach mal die Statistiken ausgewertet und kam zu dem Ergebnis lieber auf Nein zu setzen. Danke. Statistiken ausgewertet ist auch frech. Es gab halt nur eine. Eine Referenz. Einen Abend, Leute. Ich grüße euch. So, Chat, feuert mal hier. Es ruckelt ein wenig. Es ruckelt? Echt? Nö. Jetzt gerade hatte ich einen. Okay. Mario macht einmal mit alles, mit Poltergabel, ne? Einmal berufter und völlig. Ja, so der Versuch auf jeden Fall. Ja. Ich zähle mal kurz die Baumstümpfe. Eins. Zwei. Drei. Oh, Team Werner hat schon drei. Die fahren schon los. Okay. Ich glaube, BG und Falko werden es machen. Den Rotten habe ich auch schon lange nicht mehr im Einsatz gehabt. Ich auch bei der Preview hatte ich den damals. Mhm. Ja, habe ich. Mit dem Arm ist auch gar nicht schlecht. Das ist kein schlechtes Gerät. Also, ich finde das auch sehr gut, also. So, Renni ist nochmal aufladen. Ich glaube, Team Falko und Werner, die werden das hier machen. Na, guck mal. Mal wieder. Was kriegen die da? 75k, ne? Die habe ich nicht mehr. Tja, dann schwierig. Dann solltest du besser gewinnen, Renni. Ja, geht ja nicht mehr. Also, die haben schon gewonnen. Also, die müssen jetzt nur abladen. Es ist jetzt keine Super-Duper-Challenge gewesen. Ich weiß, aber die Zeit hat es einfach anders hergegeben. Nein, das ist doch schön. Das ist doch, äh... Ich hätte den Brotan nicht auf der Seite gelegen. Ja. Guck mal, Mario ist einfach Profi, ne? Guck mich hier mal an, hier. Guck mal, wie... Der Mario, ne? Er ist eins mit dem Holz. Oh, echt? Ja, ja, fertig. Schon klar. Ja, die sind wirklich fertig. Da ist der verkauft Holz. Ja, ich weiß. Wayne Train. Mario ist das Holz, ja. Ist das Holz, ja. Könnt ihr auch im Duden nachschlagen? Äh... Guter Holz. Das hat noch nicht mal eine halbe Stunde gedauert, glaube ich, ne? Die Challenge. Aber gut. Nö, 18 Minuten, um genau zu sagen. Naja, gut. Reicht für ein schickes YouTube-Video. Bei uns hätte es aber eine halbe Stunde gedauert. Ja. Zum Beispiel, ja. Also, wir müssen ja vorher die Mods wechseln. So. Ach, Renni hat schon die Server wieder verlassen. Hä, wieso hast du eigentlich nicht zu Ende gespielt, Renni? Ja, warum denn? Platz 2 und Platz 3 gewinnt doch eh nichts. Ja, aber... Ja, gut, man kann das trotzdem zu Ende spielen. Ja, gut. Hallo. Glückwunsch. Hallo. Glückwunsch. Stefan? Ja, bitte. Aber das mit der Palettengabel. Es wurde gesagt, mit der Palettengabel keine Ballen. Aber es hat keiner gesagt, mit den Ballen spießt keine Paletten. Ich habe gesagt, der Kuchen muss mit der Palettengabel gemacht werden. Ja, hat er gesagt. Ja. Aber alles gut. Was war mit der Rechte? Was? Was war mit den Rechten? Ähm, ich habe einfach vergessen, die vorher euch zu geben. Ja, aber echt war es auch wieder rausgenommen. Ja. Ich habe, dass ich sowas gedacht habe. Ich habe mich jetzt nicht getraut, das anzusprechen. Nein, also ich habe... Doch, doch, war so. Also Mario, weißt du... Also ich habe gleichzeitig noch einen Kurs in stabiler Seitenlage gegeben. Na, wie man... Ich habe... Ja, ich habe übergehört. Stefan liegt an der Seite, gut gesagt. Ja, ich bin einfach... Genau so war es auch. Ich war zu stürmisch wieder, wie immer. Mario, wie viel Meter hast du geschnitten? Acht? Ja, das ist nicht geil, glaube ich. Also wir haben sechs geschnitten. Also wir haben erst acht geschnitten und dann sechs. Aber bei acht bleibt so ein kleines Scheißstück übrig, weißt du? Das hier meinst du? Ja, genau. Das ist halt ekelhaft mit dem großen Gerät. Ja, aber wenn du eins hast, dann ist das halt... Das ist halt so. Ja. Ich weiß nicht, wie lange hast du geschnitten? Du hast irgendwie zwei oder drei Meter, ne? Vier. Da haben wir nämlich nicht gewusst, sind vier Meter jetzt besser oder schlechter? Nein, keine Disqualifikation, Leute. Die Disqualifikation ist auch schon... Nein. Die kriegen fünf Sekunden abgezogen. Ja, also. Sie haben trotzdem gewonnen. Ja, also. Von mir auch so zehn. So, Ergebnis auswählen, Leute. Wir standen ja schon garantiert wieder 30 Sekunden da rum. Bis wir fällen konnten. Ach, Mario, jetzt mach doch weiter. Ich habe so schönes Material, wie du es nicht angemacht hast, holst du es aufzuladen? Ich habe nichts zusammengemacht, das ist genau. Fünf Minuten, Teilwort für Werner, die haben ja trotzdem gewonnen. Boah, 365.000 Punkte. Krass, Leute. Ja, das war eine sehr... Achso, wir müssen ja die Auflösung... Ja. Ja, das war eine sehr überschaubare Challenge. Nicht so wie bei euch, Werner. Die war natürlich tipptopp. Ja, war das super. Challenge ist Challenge. Es hat auch nicht funktioniert, wie gesagt. Challenge ist Challenge. Das ist lustig. Das ist jetzt überhaupt nicht, als ob es jetzt mehr oder weniger war. Das ist... Na, ich hatte eigentlich nur was anderes, aber das... Wie gesagt, in der Woche war halt einfach schwierig. Ja, gut, aber wir sind hier noch öfters mit Challenges. Ja, das kann man immer noch mal machen. Ob die schoben ist ja nicht oben. Ja. Und das war auch nicht das letzte Holz. Das weiß ich nicht. Nee, ich denke, wir werden noch mal was machen irgendwann. Stefan, aber danke fürs Vorbereiten auf alles. Ja, gerne. Und herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Richtig, Glückwunsch an die Leute, die nicht an uns geglaubt haben. Zurecht. Danke. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke für dich vergessen. Ciao, ciao.